Und jetzt habe ich den roten Faden verloren. Oder war er grün? Keine Ahnung. gerade noch gerettet hallo und herzlich willkommen zu diesem info video ja wir haben eine kurze ansage zu machen beziehungsweise eine kurze Erklärung darüber abzugeben warum es in den letzten Jahr zu wenig Videos gekommen sind soll ich sagen oder nachher der TGW ist ja auch da soll ich oder der TGW was sagen oder das geht TGW und ich da jetzt nennen sie immer sehr ja aber ich würde sagen mach du das am besten mal ja weil ich bin ich das gerade schon so schön in Fahrt mit dem reden weißt du und dann kannst du direkt so weitermachen ja der Grund warum keine Videos sind gekommen sind ist YouTube YouTube ist es genau warum ja ich habe zwar die Videos hochgeladen sogar drei drei mal drei mal sicherlich werden weder mir noch dem TGW angezeigt keine Ahnung warum sich warum YouTube da umschwackt aber das kennt man ja eh mittlerweile von YouTube äh ja das ist der Grund warum keine Videos kommen sind ich hoffe aber dass das ab morgen wieder funktionieren wird eben die Antike wie schicken und Prozent haben wir habe ich jetzt bis jetzt noch nicht gemacht wird der hat sowieso so ein langes Internet und dadurch dass ich 7080 pg-rendert hat wird es ist bei ihm noch einer da ja und vor allem das Schicken wird schon zu lang dauern ja gut ja äh sonst noch was er ja genau zu den Projekten die es jetzt im Moment hier bei uns gibt wir haben so das Gefühl äh dass manche euch davon überhaupt nicht interessieren und deshalb haben wir uns gedacht das ist ja unnötig wenn wir die dann überhaupt hochladen nur Zeitverschwendung denn wir haben natürlich auch noch anderes zu tun stellt euch vor aber und jetzt habe ich den roten Faden verloren oder wer grünen keine Ahnung auch hoch 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 gerade noch die Leute da auch hoch hoch sie ist in der Zeit deshalb wollten wir euch mal fragen was für Projekte interessiert euch denn am meisten oder welche findet ihr gut ja oder welche wollte in Zukunft sehen also genau ist die jetzt in den Kommentaren Kommentare von uns wo jedes Projekt steht was es bis jetzt so gibt ne also Mordvorstellungen und so nand der ganze Müll und ja dann gibt doch einfach mal den Kommentar was ihr gut findet also das Projekt natürlich Schöne Schöne Kommt da ja okay gebt ihr dann einen Daumen hoch und ich und ich okay und um falls er noch andere neue Projekte die er so gerne mal sehen würde zum Beispiel hat weiß ich was gibt es noch so und welcher Adventure Met oder was weiß ich ja oder wie wir es genau in anderen Spielen es kommt das zum Glück haben wir haben auch andere Spiele also ich ja ich habe auch andere Spiele aber das war auch es ist da jetzt ja also schreibt das auch einfach mal bitte 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 in die Kommentare es wird uns echt weiterhelfen ja nicht nur uns denn auch euch ne denn es geht ja darum wir machen die Videos ja damit das euch gefällt und nicht damit wir daran Spaß haben das natürlich auch aber also mir nicht jeden Tag mit so einem Spacken zusammenarbeiten zu müssen ist echt echt hart das haben wir es nicht gehört aber und was wollte ich sagen verdammt ich hasse dich Prozent bis die Augenkotel Konzeptbringer ja eigentlich wäre besser gewesen ich das alleine gemacht hätte das Video denn hätten wir es wenigstens in zwei Minuten mal mindestens geschafft Zündung die Mühle das hätten wir mit München mindestens mindestens geschafft ja ja so jetzt fangen wir nicht nochmal an oder jetzt ziehen wir das durch ja genau oder habt ihr Lust auf ein cooles neues Projekt David Talks oder sowas also da wenn der David bei irgendeinem geht es ja im Schlauch und holen wir einen ja das ist schön das wollen wir bei allen gar nicht o oder ich sitze im Schlauch wo ich ja hole man und hoffentlich im Haus was niemand sieht ne denn das blau wurde gedummt und ist es dann unten, dann holen wir uns nichts an. Das ist viel besser, als oben zu wüchsen. Oh, Priya Belinda, wir stehen am Ferender. Okay, bevor wir jetzt unseren Bahnhof und wechselt die Binde, ich würde sie so gern ficken, die geile Gerlinde. Okay, bevor ich jetzt noch die Ohren abfallen, weil ich das Singen vom David nie gut anhören kann. Freude, schön, Gott herr, Funke, Tochter aus. Würde ich einfach mal sagen, tschüss. Sag tschüss, Junge. Sag tschüss. Tschüss, ihr Spanglos. Hey, irgendwas hat der heute genommen, ohne Mist.